Was ist beim Pflanzen von Geranien zu beachten? Ich würde hier eine speziell aufgedüngte Beet- und Balkon- oder Geranienerde wählen. Falls die Geranie einmal verblüht ist, gibt es einen kleinen Trick, damit sie wieder etwas schöner aussieht. Man packt die Blüte möglichst weit unten, da gibt es einen Knoten. Wenn man den leicht dreht und rausbricht, kann man die Blüte ganz leicht zu entfernen, ohne der Geranie zu schaden. Vorteil dabei ist, die Geranie wird nochmal neu durchtragen und dabei buschender werden. Vielen Dank.